Hallo und Herzlich Willkommen zu Hunt Showdown. Hallöchen. Neue Charaktere, aber alte, also alte Charaktere, also nicht neue, alte, sondern äh. Ja. Äh, ist einfach stark, komm, gib mal davon. Jetzt checkt doch keiner, was du da laberst. Ja, ich hab's auch grad gemerkt. Ich hab selber nicht gecheckt, was ich da laber. Boah, ich hasse es. Was? Hallo, ich bin hier, ihr schießt mich. Ich wollt nur mal gucken. Gott. Die dreht sich grad richtig schön hin. Oh. Was? Ey, du willst mich doch verarschen. Oh Gott sei Dank. Ich hätte jetzt beinahe geschossen. Ja, die kommt runter, sehr gut. Mit die Waffe. Ja, die muss ja wieder danken. Also das jetzt. Hast du's grad gesehen? Der Rock ist hochgerutscht. Naja, hab ich ihn nicht gesehen. Ja, wie komm ich denn da jetzt rein? Ja, durch Fenster. Was ist denn da? Achso, der ist der Himmel. Ich werde voll vorbeigelaufen. Hast du den? Wir müssen eh da lang. Wir müssen eh da lang. Ich bin froh, dass wir gleich hier von den Skapa Lake weg sind, weil das ist mit Abstand eigentlich meine Hassstelle. Also es gibt viele Stellen, die ich mag, wo ich sag, ah, muss hier nicht, muss nicht unbedingt sein. Aber dort, ich glaub, da haben wir noch nie gewonnen, irgendein Kampf oder sonst irgendwas. Kannst du dich bewegen. Kannst du dich bewegen. Das ist... Ich mein allgemein Sumpf, aber die Stelle, die ist schon... Holy moly. Oh, sehr riskant. Kann man natürlich nicht probieren, oder? Ach, hier sind wir. Genau. Ich höre einen Feuerteufel, oder so. Was ist das für ein Feuerattrübel? Ja, direkt über uns. Um den müsstest du dich kümmern, ich hab... ...keinen Schlag kriegen. Ja. Dann geh ich hoch, oder? Ja, ich komm schon. Ich beschütze dich ein bisschen vor dem Normand, sag ich mal kurz. Komm her. So. Oh, jetzt ist der runtergefallen. Warte, ne. War da grad ne Kasse? Ja, ich hab ne Kasse geöffnet. Schnauze. So. War da wer? Der zweite hinten... Ach, der ist verschwunden. Weil hier waren zwei Hinweise. Ja, aber das ist oftmals so, dass der... Aber da weißt du eigentlich eh schon, wo er ist. Ne. Ja, wobei. Jetzt grade nicht. Da gäbs noch zwei Optionen. Prall. Bäh. Er war laut. Sehr laute Schüsse. Wurst. Hast du nicht gehört grad? Ein Schuss. Ah, er quälzt. Ja. Ziemlich... Alter, die sind echt nah. Vielleicht kommen die auch hierher. Irgendwo hier. Weißt du mal? Ich überleg auch grad. Kurz abzuwarten, ob die näher kommen oder... Wow. Nein! Frisch runtergefallen. Oh Scheiße. Shit. Wie kommen die Leute hier wieder hoch? Das hört sich so an, als würden die schon kämpfen gegen den Schlechter. Ganz ehrlich. Ja, ich... Woll auch grad sagen. Ich glaub wir sollten uns eigentlich einfach nur weiter bewegen. Richtung... Nächsten Hinweis. Wo sind wir? Direkt vor uns. Erden. Dann spring ich da jetzt runter. Alter, ich hab echt eigentlich ziemlich viel Schallfahrnmückung. Schallfahrn. 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 Schall... Schall... Was ist das? Schallfahrn. Ne. Schallfahrn. Doch, Schall... Schallfahrn. Ja. Holy shit. Falsch. Hahaha. Das ist jetzt von mir gekommen, Kunne. Hahaha. Schallfahrn. Hahaha. Schallfahrn. Haha. Der war nicht schlecht. Neologismus. Oh. Oh Gott, das war... Okay, das mit dem Messer, das muss ich hier unbedingt nochmal üben. Ja, da hinten sind andere Spieler. Echt jetzt? Ja. Wollt jetzt nicht schießen. Da ist auch der Hinweis gleich. Der ist vorgerannt und wieder zurück. Das sind Monster da, ne? Das Monster. Ach so, was ist das? Das ist das Monster. Guck ihn aber mal. Bist du sicher, das ist ein Monster? F*** sich nicht mehr. F*** sich nicht mehr. Der bleibt da so stehen. Oh. Oh, kein Monster! Und, äh, anderer schießt auf mich. Er ist oben. Hinter uns! Hinter uns! Ich bin tot. Der hat eine Frutbinde gehabt. Auch einer tot? Ich bin tot, ne? Ich bin tot. Nicht. Wow. Wow. Oh. Hast du grad beide gekillt? Ja. Und die anderen von der anderen Seite? Ne. Der andere war noch in dem Scheiß Ding drin. Ich lieg da hinten links, ne? Ich seh dich. Ich muss hier erstmal kurz weg. Oh, dass du das überlebt hast. Holy shit, Alter. Jetzt war das zum Beispiel so ein Moment. Das Fächern hat bei mir nicht funktioniert. Zweimal nicht. Ich hab extra immer nur zweimal geschossen. So bam, 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 bam. Bei mir war der Rückstoß aber auch extrem. Und, äh, ja, er hatte direkt Schrotflinte und ich war halt instant tot dann. Irgendwie. Scheiße. Hat der auf dich geschossen oder wie hast du gemerkt, dass die hinter uns sind? Ne, weil ich ja angeschossen wurde. Von vorne, ne? Also die anderen zwei. Und dann wollte ich zurückrennen, weil ich mich heilen wollte. Und dann sind die anderen zwei, ja, plötzlich da gewesen. Krass. Loll, aber ich hab den nur in der Hütte da oben gesehen. Oh nein. Runde bitte, haut einfach. Ich hätte mit meiner normalen Waffe schießen sollen. Ja, aber das war so, der ist so auf mich zu gerannt eigentlich. Ich dachte, da ist Fächern vielleicht ganz hilfreich. Meinst du echt, dass die da vorgehen? Wenn da so geballert wird? Ich weiß grad nicht. Ich bin hier gut im Gestrubben. Ja, das stimmt. Boah, das war heftig. Das war mal richtig Sandwich-mäßig. Ja, das war wieder unterbrochen. Und das war dann... Dein Monster, ich glaub das war dann doch ein Spieler. Weil der ist relativ schnell nach links gegangen und hat stehen geblieben. Achso, vielleicht... Es kann sein, dass wir vielleicht zwei andere Sachen angeschossen haben. Unterschiedliche Sachen? Ja, den ich gesehen hatte, der war ganz weit weg. Also der war relativ weit weg. Den hast du da noch nicht mehr gesehen. Und dann den hab ich eben auch gesehen. Aber ich hab den nur schwarz gesehen. Das ist nur in Schatten. Also ich ist... Ich versteh dich schon, dass du gesagt hast, das ist ein Monster. Glaubst du, die... Der kämmt jetzt immer noch bei seiner Hütte da oben? Weiß ich nicht. Ich hab keinen bei einer Hütte gesehen. Der hat dich, glaub ich, angeschossen hat eigentlich. Vor allem, er weiß ja... Ja, aber das war ja... Ich war ja... Dann bin ich weggelaufen. Der hat zu viel rumgeschossen, was glaubst du da? Ja, ja. Ja, die werden jetzt kämpfen. Vielleicht denken die, dass wer tot ist. Versuch hinterm Busch zu bleiben. Wo gehst du jetzt hin? Ja, ja, ich versuch hier... Wo machen? Bleib einfach hinterm Busch. Ja, so geduckt. Das ist ein Hügel. Direkt beim Gebüsch stellen. Ja, die sind direkt neben uns da. Läuft. Oh Gott. So, erstmal beide lündern. Erstmal heilen. Gut, also die... Es hört sich sehr nach Schrotchen an. Äh... Die Hunde da, die können... Ja, die Hunde. Da können wir vielleicht nicht langlaufen. Oder... Soll ich... Da brauchen wir schon den Nahkampf im Essig. Warte, ich lock's nochmal kurz damit. Oh fuck. Ja. Wo... Auch schon. Obwohl, ne, die sind doch so leicht seitlich, ne? Ja, aber jetzt ist halt... Achso, jetzt hören sie's, wenn wir... Wir können... Und die sind jetzt fett im Vorteil. Die haben scheiß... scheiß... Schusschen, ne? Ich hätt schießen sollen, weil ich die Martini Henry gehabt hatte. Und da hätt ich auch direkt vielleicht nen Kill gehabt. Wo ist denn das jetzt eigentlich? Weg vor uns. Und du eh drückst. Achso, da. Aber ich geh jetzt hinten nachher rum, um die Hunde anzugreifen. Nicht, dass die um so einen... Rücken fallen oder sowas kommen. Ich lock's mal kurz, ja? Ich überleg gerade überhaupt, ob wir noch... Äh... Die schlechte machen sollen. Oder ob wir die Hinweise von anderen... Sammeln sollen. Perfekt. Habe ich dich erwischt? Nein, gut. Ne, ne. Alles gut. Hey, die werden das jetzt gut absichern. Ja, das wird jetzt heftig da... Vor allem, wenn die jetzt gleich das Zeug haben. Die Sicht noch. Ah, das sind wieder Hunde. Hallo, jetzt habe ich vergessen, die Messer zu holen. So. Hallo, Messer, 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 Messer. Oh. Oh. Aber... Hier haben wir... Der ist nur aufgeschreckt, also der greift. Aber niemanden hat... Drei. Okay. Ja, komm, gehen wir da. Gehen wir ins andere Gebiet. Oh, oh. Ich bin doof eigentlich. Nein, 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 nein. Ich will, bitte, 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 bitte. Oh, fuck, ich muss mich vorbezahlen. Ja, ich muss mich vorbezahlen. Ja, ich muss mich vorbezahlen. Ja, warte, vielleicht ist hier Heilung drin? Nö, ist das nicht. Was ist hier oben? Ah, hier ist ein Itemslot. Eine Verwandtstasche. Perfekt. Ich hab' geschossen. Ah, Mann! Hast du die gesehen, oder was? Ja, der ist oben da auf seinem Balkon gehockt. Ah, scheiße! Auf seinem Balkon? Da hinten. Nicht auf dem Balkon. Oben. So, so weit. Oh, das hat aber irgendwie kein... Das hat jetzt grad gar keinen Sinn. Vor allem der Ausgang sind... Unten, warte... Moment. Ja, die können einfach hinten rauslaufen. Wir können eh nicht in der Herz. Ne, und wenn die uns jetzt auch noch immer sehen, wo wir uns verstecken... Ja, wo ist denn da nicht so hin, was... Na toll, müssen wir eigentlich gerade drehen. Ja, dann warten wir halt kurz, bis wir weg sind. Sack. Warten. Wow. Jetzt sehen wir noch... Ammonisieren. Ammonisieren, ah. Ja, grade, ich find die Situation ist jetzt richtig, richtig, richtig behindert. Oh, da oben ist, was du mitnimmst. Ja, ich weiß, hab ich noch vorhin schon gesagt. Ja. Was hab ich denn gegengebüsch? Boah. Oh. Obwohl, nein, die ich jetzt... Äh, wurscht. Ne, gut, ich werd eh nicht vergiftet bei Mölkern. Wurscht. Meinst du, die seh'n die orangen Punkte schon hier hinten? Eigentlich nicht, oder? Die haben's noch nicht mal aufgenommen. Das versteh' ich nicht. Wo genau saß der vorne? Ich hab' keine Ahnung, welchen Balkon du meinst eigentlich. Moment her. Doch, so drüben. Ich weiß nicht, wie gut ich das markieren kann, aber da... Also anscheinend, da sind noch andere Spieler. Also wir könnten... Boah, die sind so relativ nah eigentlich, ne? Warte, ich versuch hier mal ein bisschen reinzuziehen. Oder glaubst du, das ist vielleicht nur so ne Granate, Ködergranate? Könnte auch wirklich auch sein. Wir wollen uns grad irgendwie hinlocken, das mal pushen oder sowas. Oh. Ne. Da ist einer verreckt. Ich weiß nur nicht grade wo, ne? Ich kann das grad voll schlecht einschätzen. In dem Gebäude hier wahrscheinlich, glaub ich. Ist das so laut, meinst du? Da liegen auch die Boundaries drin und so? Aber wenn du überlegst... Rechtsraben? Wo? Meist fällt... Wir müssen trotzdem aufpassen, dass wir jetzt von links ne Headshot kassieren. Weil wir von links aus voll ungedeckt sind. Okay. Okay. Hä? Ja, direkt Emot. Das macht Nachkopf. Wo? Da! Da ist grad einen umgekippt. Ja. Aber wie viel Lack die haben. Kann doch nicht sein, dass das da nicht mehr kommt, oder? Ich schau links rum. Hä? What the fuck? Der hat grad direkt vor meiner Nase einen umgehauen. Kannst du mir nicht erzählen? Ich hör Schritte? Meinst du, die haben uns auch gehört? Moment, Moment. Achso, die haben jetzt beide das Team. Wir sind ein bisschen hinter uns schauen. Nicht, dass die da irgendwie auskommen. Es kann doch jetzt nicht sein. Ich hätt schießen sollen, verfickte Scheiße. Ich hab halt gehofft, der läuft jetzt einfach weiter und ich kann ihn einfach mal ran drücken. Ich hör ja die ganze Zeit Schritte. Ich geh aber auch ein bisschen. Achso. Das kann doch nicht sein, dass der da so laut ist und... Leute niedermähten und plötzlich zack, weg! Vom Erdboden verschluckt. Ehrlich jetzt? Was? Sind die rausgerannt? What the fuck, was hier grad abgeht? Theoretisch, wenn wir jetzt einfach... Reicht? 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 Die hört man doch gut, ne? Also... Jaja, ich weiß schon. Hab ihn! Er hat uns gesehen? Er hat gewusst, wo wir sind? Krass! Ich kann mich jetzt nicht mehr heilen. Komplett. Also ich bin jetzt komplett... Hab alles schon hergenommen. Warte... Warte kurz, wo bist du? Bleib stehen. Heil ich dich, oder? Ja. Boah, danke. Geht's besser? Bist du voll? Ja, ich bin voll, danke. Holy shit, Alter! Wo ist denn der jetzt? Wo ist denn seine Leiche? Der hat uns irgendwie doch gesehen! Krass, eigentlich. Und der Feuerteufel, der läuft auch... Oh, oh, oh! Oh mein Gott! Wow! Feuerteufel, da! Der ist explodiert gerade! Wo ist denn die Leiche? Ich seh den gar nicht! Wo hast du denn den gekillt? Alter, schau halt lieber dahin, da... Ja! Alter, der geht grad so ab, ey! Der ist ein bisschen in den Hügel gebackt. Da liegt er. Der ist jetzt reingerannt, der Feuerteufel. Achso lol, der läuft irgendwie nach oben. Ich dachte erst so. Woah! Ganz nah! Irgendwie, hä, was? Abgesägt, äh... Weiß ich nicht. Getötet durch Zorngeist. Stufe 8. Hä? Alter, ich versteh... Also grad die Runde, die duckt mal überhaupt nicht. Ich will eigentlich nur noch raus. Oder... Was ist ne? Zorngeist! Er hatte ein Visier drauf. Also, es könnte weit sein, aber es könnte auch... Es war so abgesägt. Was? Dass natürlich ich wieder den Headshot kassier, das ist aber wieder klar. Stehen direkt nebeneinander, ziehen sie dann natürlich wieder auf mich. Hä? Die, die Runde, die ist so komisch. Ne, ich mag die überhaupt nicht, die Runde. Die geht mir grad richtig tierisch auf den Keks. Bin nur im Sterben. Alle Gegner seh ich. Kann aber keinen anschießen. Ich sterb die ganze Zeit. Wenn du mich jetzt wiederbelebst, Alter. Ich will nur raus da, ehrlich. Weit weg und abwarten. Ach, da steh ich so drüben drauf. Schüsse hast du auch keine mehr? Loy. Ja, ich geh mal davon aus, dass sie die Sicht benutzt haben und anscheinend doch noch gesehen haben und einfach dahinter gezielt haben. Waren wir aber auch schön blöd eigentlich, ne? Hm. Aber dass ich die nie seh, das ist echt, das nervt mich. Dass ich die nie seh! Die pusht mich doch jetzt nicht, oder? Laut Karte. Ne, ich glaub nicht. Also du könntest vorsichtig... Ja gut, aber ich war so im Freien, ne? Irgendwie so. Ah, die gehen runter. Glaub ich. Ich warte ein bisschen, bis die zwei wechseln, okay? Mhm. Mhm. Ja, aber das wird schon einer von denen gewesen sein, denk ich. Ich hätte jetzt aber auch nicht gedacht, dass die irgendwie nach Spielern gucken, weil... Monster und so, das hat die überhaupt... Also gefühlt war doch jetzt hier wieder jeder, oder? Ja, alle. Guckt ja einen Assassin an, da ist ja nichts passiert. Ja. Holy shit, Alter. Und die Runde, ganz ehrlich, die war voll für den Arsch für mich, ey. Zwei Tode, kein Kill. Gar nichts. Nicht mal angehittet, irgendwas. Das war ganz blöd. Wenn die jetzt rausgehen, könnte man versuchen, den Meuchler zu holen. Ja, ja, das hat... Theoretisch ja. Okay, die sind... Aber ich bin jetzt schon zweimal verreckt, ne? Ja. Jetzt hab ich gar kein Leben mehr, fast. Ja, dass wir halt vielleicht ein bisschen Punkte kriegen, dass du halt dann auch wieder hochheilen kannst, und sowas am Ende von der Runde... Steck dich hinterm Busch, oder sowas. Also die sind jetzt weg. Das liegt auch ganz gut, eigentlich. Boah, aber ich kann dich nicht heilen, du kannst dich jetzt... Ach doch, hä, lol, ich hab... Ah, ja doch, jetzt... Ja, das waren Gott sei Dank nur zwei kleine Balken, die ich verloren habe. Also zwei große habe ich noch. Oh Gott sei Dank. Gut, also die sind jetzt relativ weit weg. Keine Ahnung, ob die da jetzt versuchen, auf den Meuchler zu holen, oder? Ja, wir könnten... Wir könnten aber... Einfach so gesagt auf... Links 90... Ja. Den Hinweis holen. Ja. Vielleicht findet man da noch irgendwie... Verbandszeug, Munition, oder so. Gut, also drei Teams... Ja, ich bin ja voll. Also ich bin ja voll, ich konnte ja nie schießen, weil ich immer nur direkt tot war. Ah, okay. Gut, also drei Teams sind ja blöd gesagt eigentlich schon tot, oder? Ja, unser vierter rennt jetzt gerade zum Ausgang, also... Hier sind das vierter? Also wenn die jetzt rausgehen, dann will ich's mit dem Meuchler versuchen. Aber ich finde die Runde an und für sich selbst eigentlich mega scheiße deprimierend. Oh, scheiße. Auch wenn wir jetzt... Auch wenn wir jetzt den, äh... Äh... Assassin noch kriegen und rauskommen. Ich fände die voll scheiße. Rastrom, nebst du noch? Aber halt vielleicht einfach das Beste noch draus machen, irgendwie. Ja. Ja, das... Das geht mir einfach nur darum, dass ich nichts gerissen habe. Weil ich immer nur direkt Headshots kassiert habe. Beziehungsweise vorhin war glaube ich nicht mal ein Headshot. Aber das war halt die Schrotflinte direkt vor der Fresse. Umgedreht hab, Schrotflinte in die Fresse. Tod. Krass, dass das du geschafft hast. Heiden Respekt. Aber dann einmal ein bisschen gucken mit dir zusammen. Headshot tot. Weißt du eher wieder mein Visier dran? Ah, das... Das... Das nervt mich ein bisschen. Ah, den wollte ich übernehmen. Ja. Hä? Das sieht ganz stark danach aus, als würden sie rausgehen. Ja, aber kann ich auch verstehen. Nach so viel Aufregung. Sind sie froh einfach wegzukommen. Naja, vielleicht glauben sie auch, dass wir es verfolgen wollen oder so. H du weißt aber doch. Huch. K videos. Oh. All吗. Dein nachs Frederik Turmd. Oh, next, keine Hunde. Alle. Ich möchte jetzt in denalsschießen. Es wäre auch ein Verbandszeug. Also wenn du was verlierst, verlieren sollte ... Hab ich nicht. Alles gut. Oh. Ich habe nichts gesagt. Ist ja gut gemacht. Oh. So Ja, vielleicht mal vorbeigehen oder sowas Ja Weil Muni bräuchte ich echt Aber eigentlich finde ich das schon eh krass, dass wir überlebt haben Die ganze Zeit waren wir irgendwo im Gefühlt über Sandwich Mit immer Unglaublich Aber dass du das immer echt rausgerissen hast Holy shit, Alter, du hast so viele Du hast eigentlich alle Kills gemacht, ne? Ich glaube 4 Kills hast du jetzt gemacht War das 4 oder 3? Ich weiß es nicht Aber das waren auf alle Fall nicht wenig Und alle hast du geschafft Gut, aber ich hatte irgendwie auch Glück, weil die mich nicht getroffen haben Oder andere hat versucht Nahkampf zu machen Obwohl er da nicht weit weg war Ja, das verstehe ich ja nicht Ja, das habe ich ja gesehen Wie er einfach immer auf dich zugehört hat Oder sogar so Schuss Ja Na gut, Glückstag, 10 Sekunden später habe ich das auch wieder gewusst Ja, klar Gut, stimmt Was machen die anderen? Sind die jetzt raus? Langsam, ja Ah, die gehen Ja, die gehen nach oben, glaube ich Vielleicht ich nehm schon gar was zu tun Wahrscheinlich stehen sie nochmal mit dem Ausgang So wie wir immer und überlegen Ja, vielleicht sollten wir denen noch Weil nix passiert Und am Ende gehen sie doch noch irgendwie Die Hinweise einsammeln Oh, die Tante ist irgendwie Ja Alter, wie weit einfach das grad weg ist Ach ja 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 Das wären jetzt die, die noch ein bisschen rumballern, denke ich Ja Ja Die bleiben ja irgendwie dort, ne? Nicht, dass die aus Versehen jetzt einen schlechter gefunden haben Äh, den Assassinen Boah, das wäre jetzt bitter Die sind direkt bei Cyprus hart, ja 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 Boah, weee, das wäre jetzt Das wäre jetzt echt bitter Das wäre wirklich hardcore bitter Boah Dann haben die aber richtig Lack gehabt, die Typischen Oh ja Ist ja wenigstens bei allen, dass wir noch nen Hinweis kriegen Aber die wallern jetzt schon sehr viel Ja, das... Oh Gott, das ist jetzt noch nicht dein Oh, das ist ne Handdorgerätsel Hier wäre ein... Ding Zum Mundi auffüllen Ich mag jetzt erst noch den Hinweis Ach, der ist gleich da drunter, okay Offen ist er auch noch Ah ja, die werden die Hinweise mitgenommen haben Ja Oh, das sieht nicht gut aus Das kann doch nicht sein, oder? Dass wieder so ein Team so viel Glück haben kann Na ja doch Und ich glaube auch nicht, dass die viel gemacht haben Die haben mich jetzt vielleicht einmal gekillt Und die Restlichen haben sich aber gegenseitig gekillt, ne? Nein Na, nicht deinen Scheißernst Wie viel? Weil die freut sich grad wie die Schnitzel, ey Ich überlege, ich weiß gar nicht, ob ich gegen die kämpfen soll Weil irgendwie ist der mir grad zu schade Und grad läuft's echt scheiße Dann haben sie wieder volles Leben Alles was wir verloren haben Sind wieder ausgerüstet Weil sie halt überall Medic finden Bis wir da sind, haben sie wieder die Sicht Das ärgert mich Was machst denn du da? Sorry Ja, wir könnten eigentlich das Beste machen Und einfach rausgehen Ja, aber ja, ich weiß nicht Können wir in der nächsten Runde jetzt versuchen Ich überlege grad, wie schlimm es für mich wäre, wenn wir die jetzt verkacken würden Ja, ich weiß auch nicht Und die Frage ist überhaupt, ob die überhaupt kämpfen, ne? Weil die könnten auch jederzeit irgendwie nach unten, nach oben flüchten, also Ja Ach, sind wir eh schon Aber da wären wir Ach, ich weiß grad was Ich hab kein gutes Gefühl, sag ich dir gleich Vor allem jetzt sind wir bei den Ruin-Kack-Dingern da Du kennst das bei den Ruinen Ja gut, dann muss man nichts tun Wir können gerne einen Ausgang up-aimen, aber die sehen das halt, ne? Musst du auch bedenken Boah, ist das laut Boah, ist das laut Alter Boah, ich fang jetzt gleich Hast du geschossen, oder was? Ja Ja, dann ist sie ich schon Lola, die Tanda hat mich jetzt echt noch fast gekillt Ja, dann geh ich mal raus Wenn das jetzt schon so kacke läuft Du hast gute Kills gemacht Na Gott, was für eine Runde Eine feige Runde, irgendwie Schade Oh, der steht jetzt auf der Wandzeug Aber ich, ja, sind hier nicht auf der guten Position hier Ich hab auch wieder alles im Wasser und so Ist das Werden das überhaupt? Ach, dahin! Also dann beim oberen Ausgang ist einfach rausgehen, oder? Ja, überlege ich auch gerade Ne, weil ich grad echt, weil du hast gute Kills gemacht, ist hier ein Wasserviech Ne Ich, für mich war's zwar scheiße, aber es wird nicht besser, wie ich hab weniger Leben Die haben dann wieder volles Leben, egal was sie verloren haben Naja Hm Da haben die einfach mal richtig Glück Ja, dann Lass uns Den hier mal durchgehen Ich frag mich ja irgendwie, ob sie irgendwann mal Krokodile oder sowas In so einer Art im Spiel sind Wo man so durchs Wurf läuft, dass sie dann irgendwie am Strand Irgendwie dann Was machen wir jetzt noch? Boah, ich hoffe nicht, Alter Die Wasserviecher sind schon nervig genug Waren das grad Schüsse vor uns? Ne, das waren schon die Glaub ich Hoffe ich Du, da wirst du das heute nicht wie jetzt vor uns schießen Ne, nicht vor uns, aber die haben einfach geschossen, weißt du so Keine Ahnung warum Ja, halt, wir sind da Ja, hier könnten wir jetzt voll hier fette Beute machen, aber ich glaube Hm Ja, stimmt eigentlich So eine gute Farmrunde Könnte man draus machen Alle sind draußen Ja, also ne, wenn die rausgehen, ist so wie das sind beide Ding draus Ja, na gut, ist das Hä, nur einer? Ne, beide Aber, nur eine rotes Ding ist, ich glaube Ich sag jetzt ja nichts von einer Hat das geändert? Ne, ne Ne, alle Trophäen wurden extrahiert, doch, passt schon Ja Na gut Dann raus Da kann er nicht immer gewinnen Ne, bestimmt Da hatten die einfach mal richtig gutel Glück Aber bei mir rausgehen, da Zufall noch vorbeikommen und so Ja, das wäre Dann aber so gut, ich fände den auch noch zu killen Na gut, das sind so viele Leute verreckt, das hätte ich vielleicht sogar abgemacht Zu wissen, dass vielleicht nur noch einer Eventuell zwei, die geschwächt sind Wow, fuck Ich bin angeschossen Da sind noch andere Spieler Was? Andere Spieler Das waren wirklich Das waren Schüsse von Die waren wirklich vor uns Von wo? Wo sind die? Von rechts Äh, da stehe ich gerade Alter Ne, ich lauf runter zum Ausgang Ich warte kurz, bis du da bist Halt, schaff mal das in vier Minuten doch, schaff mal Lol Was? Hab ich mich doch nicht verhört? Hast du das? Ja Ne, ich hab ihn geschossen Ah! Leute, erhebt ja noch Habe ich dich gerade erwischt mit meinem Gewehr? Ja Komisch, dass der noch nicht direkt ist Ey, das Da waren echt noch andere Spieler? Oder das sind immer noch andere Spieler? Was? Was machen die denn da hinten? Was sind das für Low-Bobs? Ganz ehrlich Ich weiß es nicht, keine Ahnung Die sind ja noch beschissener drauf als wir Ganz ehrlich Ja, weil wir haben die Runde aber schon voll verkackt mit dem Spiel Gut, du hast zwar Kills gemacht und wir Aber ich war irgendwie dann irgendwann nur noch Sandwich-mäßig immer auf die Fresse bekommen Äh Ne, was machen die denn da ganz dahinten? Keine Ahnung, vor allem, dass die uns dann auch wieder sehen, ne? Die haben Beim Schlechter anscheinend nichts gemacht Haben auch, äh, blöd gesagt, keine Hinweise geholt vom Meuchler Was zum Teufel? Ich weiß es nicht Aber anscheinend verfolgen sie uns nicht, weil sonst hätten die ja schon ein paar Mal geschossen Die gehen wahrscheinlich jetzt oben raus, die denken sich Das sind vielleicht In einer Weise vernünftig, dass die jetzt nicht denken Oh, noch Spieler, die müssen wir noch killen in fünf Jahren Sondern dass sie auch sagen, ja komm, lass's lieber rausgehen Ja, da wo geht's denn jetzt raus? Natürlich Ich verkack's grad so richtig Ja, wo ist denn der kacke Ausgang, ne? Ja, wo ist denn der kacke Ausgang, ne? Die kriegen die rechts jetzt, ne? Hallo? Ach da ist die Kutschuuu Ich geh aber auf die andere Seite Ja Ja Ich möchte nicht noch überstecken da, Gott sei Dank Boah, Alter Boah, das ist echt noch angeschossen Ja, ja Hast du den Schuss doch Ach doch, da schießt jemand Ja, ja, grad eben schafft noch jemand Alter Alter Werden wir jetzt noch verreckt? Boah, das ist jetzt Boah, das ist jetzt Das hätten wir uns extra gesagt Gut, geh mal raus, um zu überleben und dann Ja, und dann noch ein Hedger, ey Boah, das wäre hart gewesen Ich weiß nicht, die Runde, die war ganz, ganz Das ist aber so lustig in dem Spiel Jede Runde ist komplett anders Unfucking fassbar Ich frage mich nur, was die gemacht haben Und wo die waren, wenn du überlegst Oder das war vielleicht noch ein anderes Team Das war vorhin da war Wo auch nur einer verreckt ist Und dann gewartet hat, bis die anderen weg sind Und den dann geheilt hat Oder bis ich dich geheilt hab, dann sind wir bald auch weggelaufen Genau, und die wollten vielleicht oben rausgehen oder so Weil ich hab ja nur den einen gekillt Den, wo wir gesehen haben Und vielleicht... Jaa Ach, vielleicht war der andere irgendwo noch im Balken Und hat sich versteckt Boah, Alter Das hätte ich vielleicht verpressen sollen, naja Ich hab mich dann auch nicht getraut Die Leiche... Ich hab keine einzige Leiche gelootet Gar nichts, Alter Die Runde war eigentlich richtig schlecht Das war alles ein Wunder, dass ich überlebt hab Ich bin ja zweimal verreckt Und keine Kills Ich hab nicht mehr jemanden angeschossen Ich hab's noch versucht, aber... Ah, drei Kills, okay Uff Jaa, okay Vom Level her war's ja richtig kacke Toll, drei Level aufgestiegen Ganz schön bitter, ja Oh, das dauert zwar jetzt ein bisschen länger, weil wir schon so nicht hochrangig sind, aber... Aber viel Hinweise, ne? Ich hab keine Ahnung Merkwürdig Ja, also die Runde, die war's irgendwie... Dann ist es ja immer noch mein Low-Bob-Charakter Denk dran dir jetzt, um zu heilen, ne? Ja, 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 gut, dass du sagst, ja Wär gut, aber dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zucken Ja, dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge Bis nächste Folge, ciao Tschüss Tschüss